Applaus So freuen sich Schlümpfe, wenn sie gewonnen haben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber alle, die hier auf der Bühne stehen, ob sie ein oder zwei Preise gewonnen haben, ob sie erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter sind, haben ihr Bestes gegeben und unser aller Applaus verdient. Gratulation! Ganz herzlichen Dank, die Fotos sind im Kasten, ihr dürft euch wieder hinsetzen und jetzt mit Spannung verfolgen, wer die anderen Sieger sind.